Was ist genau damit gemeint, dass man nicht zu diesem Wissen kommen kann, weil wir, also jetzt in dieser Generation, jeder kann zu Wissen kommen? Wie gesagt, das Gebiet von Fatwa, das braucht Fundamente des Wissens und Instrumente, dass man ein Urteil bildet. Und derjenige, der nicht ein Gelehrter ist, hat nicht die Instrumente, dass er dann eine Fatwa gibt. Zum Beispiel, jetzt nehmen wir Parallelen von Wissenschaft des Istams zur Wissenschaft von Dunja. Ein Architekt, der berechnen kann, zeichnen kann und alles, was das Haus braucht, der hat darüber das Wissen. Ein kleiner Schüler, der kann vielleicht einiges nachvollziehen, aber der kann nicht, dass sozusagen jetzt alles, was ein Haus braucht und so weiter, seine Instrumente fehlen. Der hat nicht gelernt. Deswegen kann man nicht zum Beispiel einen Lehrling oder einen Auszubildenden vergleichen mit einem Architekt. Auch wenn er vielleicht auf dem Wege wäre und auch irgendwann mal das nachvollziehen kann, aber er ist immer noch nicht Architekt. Und auch einer, der ein Lehrling ist und der lernt, der ist immer noch nicht ein Gelehrter. Und genauso, es gibt Leute, die sind nicht fähig, überhaupt zu verstehen, was weder der Auszubildende sagt und was der Architekt sagt. Der imitiert, der sagt, der Architekt sagt ihm, so und so wird das gemacht und so und so wird gebraucht und so weiter. Der nimmt seine Aussage. Der ist nicht in der Lage, diese alles nachzuvollziehen. Und in dem Wissen gibt es Leute, beschränkt mit ihrem Wissen, die können nicht zu diesem Urteil kommen und sie wissen nicht sozusagen den Urteil, dann fragen sie. Aber in dem Gebiet, deswegen habe ich einen Unterschied zwischen einer, der folger ist, also befolgt und einer, der imitiert. Der Weg des Sahaba ist was? Befolgen oder imitieren? Befolgen. Das heißt, man geht jedem Urteil nach Koran und Sunnah, dass das Wissen sich aneignet. Und das ist auch die Aufgabe von jedem Muslim. Und da, wo du nicht die Fähigkeit hast, aus Koran und Sunnah zu bekommen, weil du nicht zum Beispiel weißt, wie man zwischen zwei Beweise in Einklang kommt. Da hast du nicht die Instrumente dafür. Dann bist du jetzt in der Lage, wo du unfähig bist, dann fragst du. Und ein Befolger fragt nach dem Beweis, dass er dann auch mit Beweis besteht. Und wenn man nicht in der Lage ist, dann emittiert man. Und nochmal zu dem Weitergeben von Fatwa, kann man sagen, dann dieser Cheikh hat mir diese Fatwa gegeben. Und das ist, also erklärt halt die Situation zum anderen. Und dann sagt man, wenn das auf dich zutrifft. Nee, weil du machst jeden, also erstmal, du machst Fatwa. Und zweitens, du lässt den Fragenden auch Fatwa machen. Weil die Begebenheiten mit dem Koran und Sunnah verbinden, ist eine Art von Ijtihad. Und da bist du nicht in der Lage dazu. Und erst recht nicht der Fragende. Wenn du sagst, wenn das alles auf dich trifft, dann nimm diese Fatwa. Das ist nicht der Fall. Aber der beste Weg ist, sagst du, es gibt den Gelehrten, gehst du ihn fragen.